Bhagavad Gita, Vers 2.41 Diejenigen, die sich oft im Pfad befinden, sind entschlossen in ihrem Vorhaben, und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist vielverzweigt. Erklärung Festes Vertrauen im Krishna-Bewusstsein und die Gewissheit, dass man zur höchsten Vollkommenheit des Lebens erhoben werden wird, wird Vya-Vasayad-Mika, Intelligenz genannt. Im Chaitanya-Charitamrita heißt es Glaube bedeutet Fruchtbringende Aktivitäten sind die Handlungen, die aus den Reaktionen auf gute oder schlechte Taten des vorangegangenen Lebens hervorgehen. Wenn man Krishna-bewusst ist, braucht man sich bei seinen Aktivitäten nicht länger um gute Ergebnisse zu bemühen. Wenn man im Krishna-Bewusstsein verankert ist, befinden sich alle Aktivitäten auf der absoluten Ebene, da sie nicht länger Dualitäten wie gut und schlecht unterworfen sind. Die höchste Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins bedeutet, der materiellen Lebensauffassung zu entsagen. Wenn man Fortschritte im Krishna-Bewusstsein macht, wird diese Stufe automatisch erreicht. Die Entschlossenheit eines Menschen im Krishna-Bewusstsein beruht auf der Erkenntnis, dass Vasudeva bzw. Krishna die Wurzel aller manifestierten Ursachen ist. Vasudeva-ha-sarvam-iti-sa-mahatma-sudur-lab-haha Ähnlich wie man den Blättern und Zweigen eines Baumes dient, wenn man die Wurzeln begießt, so kann man allen Menschen, sich selbst, der Familie, der Gesellschaft, dem Land usw. den höchsten Dienst erweisen, wenn man durch seine Handlungen Krishna zufrieden stellt. Das Dienen im Krishna-Bewusstsein kann jedoch am besten unter der wissenden Führung eines geistigen Meisters, der ein echter Repräsentant Krishnas ist, ausgeführt werden. Er kennt das Wesen seines Schülers und kann ihn so führen, dass er im Krishna-Bewusstsein handelt. Daher muss man, um im Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen, fest entschlossen handeln, dem Repräsentanten Krishnas, dem echten geistigen Meister folgen und seine Anweisungen als Lebensaufgabe ansehen. Srila Vishwana Chakravarti Thakur lehrt uns in seinen berühmten Gebeten zum geistigen Meister. Wenn man den geistigen Meister zufrieden stellt, wird der höchste persönliche Gott erfreut. Wenn man den geistigen Meister jedoch nicht zufrieden stellt, ist es nicht möglich, auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins erhoben zu werden. Ich sollte daher über meinen geistigen Meister meditieren, dreimal täglich um seine Barmherzigkeit bitten und ihm meine respektvollen Ehrbietungen darbringen. Der Vorgang des hingebungsvollen Dienens hängt jedoch vom vollkommenen Wissen von der Seele ab. Das Transzental zum körperlichen Bewusstsein ist. Dieses Wissen kann nur verwirklicht werden, wenn man nicht mehr versucht, die Sinne durch fruchtbringende Aktivitäten zu befriedigen. Wer den Geist jedoch nicht kontrollieren kann, wird von den unterschiedlichsten Arten fruchtbringender Handlungen angezogen und abgelenkt. Das Transzental zum körperlichen Bewusstsein ist.